Jetzt ist es da, zu größtenteils. Ja, es ist da, macht wieder weg. Ich bin gleich wieder da. Wie lange habe ich dafür jetzt gebraucht? Oh, ist dieser wieder weg. Oh, ist dieser wieder weg. Oh, ist dieser wieder weg. Egal. Egal. Wenn er sich nicht beeilt ist, soll gar nicht bei der Verabschiedigung vorbei. Wenn er sich nicht beeilt ist, soll gar nicht bei der Verabschiedigung vorbei. Wann das ein süchtiges deutsches Wort? Ich warte jedes Mal, bis ich mich selbst wieder geheirat habe, bevor ich wieder was sage. Ich mache nicht, dass man sich nicht selbst überlegt hat. Ich mache nicht, dass man sich nicht selbst überlegt hat. Der Schatten baut sich langsam ab. Der Schatten baut sich langsam ab. Ich habe nur noch einen Restschatten. Hättest es nicht lassen können, Alter. Das Zweck ist heute wieder wegmachen. Ja, da ist mir zu spät gekommen, dass ich es eigentlich gebrauchen könnte. Ich mache das jetzt nach dem Seltenkensprinzip. Außerdem wärt er, dass wir sonst gecheatet. Es war hierher gecheatet oder wer weggecheatet. Er ist im Prinzip doppelt gecheatet. Ich glaube, ich schaffe in der Aufnahme noch dieses, alle Häuser fertig abgebaut zu haben. Alle Häuser fertig abgebaut zu haben. Dies ist alle Häuser. Ja, jetzt wollte ich sagen, es ist ein süßes Haus, aber das ist gleich wieder dort mit aller Häuser. Da musst du auch noch ein Stück schwebende Erde wegbauen. Und die Felder. Schwebende Erde? Ja, vielleicht schon. Hier schwebende Erde. Schnauzer. Da steht ein Skelett. Du schießt jetzt nicht mehr. Naja, aber ein Skelett steht da. Da steht ein Skelett. Irgendwo da. Da wo ich bin ungefähr. Ja, da ist ein Skelett. Jetzt ist es nicht mehr da. Jetzt ist es nicht mehr da. Ich habe gar kein Essen mehr dabei. Nein, ich habe nur noch 30 Sekunden. Ich muss meine Spitzhacke benutzen. Du musst meine Spitzhacke benutzen. Du willst nur noch 30 Sekunden, ne? Wenn ich dann aufhören will. Naaah! Siehst du, das ist einer wieder eindeutig, dass wir aufhören müssen. Wir müssen immer aufhören, wenn du wieder tot bist. Gleich 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 muss man Zeug noch einsammeln. Klar kann ich aufhören. Ich muss mal eine Aufnahme haben, mit der ich nicht tot bin, wenn wir binden. Weil das alles nur, weil ich auf die Urschachung wollte. Egal, die aufhören. Nein, nur ein Problem. Stopp. Ob wir jetzt mal spielen können. Nuss. Irgendwie lässt sich mein Zeug gerade nicht einsammeln. Ah, jetzt haben wir es. Hast du irgendwas? Wird auf die Gegend geflascht? Jürgen, das lacht kurz. Jedenfalls dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.